So, dann sind wir jetzt bei der 1. Liga angekommen. 1. Liga-Tipps kommen jetzt. Hier natürlich auch nochmal die Info. Ihr könnt gerne einen Däumchen da oben dalassen. Gerne ein Abo dalassen. Direkt zu Beginn dieses Videos. Und wir fangen an mit den 1. Liga-Spielen. Ich habe euch hier einmal die Tabelle schon mal eingeblendet. Das erste Spiel ist direkt ein sehr, sehr interessantes Spiel. Bochum gegen Mainz. Da darfst du gerne mal direkt loslegen. Ich fand Mainz eigentlich echt nicht schlecht gegen Bayern. Wie ich so oft sage. Ich finde Mainz generell nicht schlecht. Aber in Bochum ist halt auch wieder ein schwieriger Gegner. Ja. Boah, das fällt mir richtig schwer. Es geht schon wieder los. Da würde ich fast nur mal 1-1 gehen. Aber irgendwann muss ja Mainz auch mal gewinnen. Ich könnte mir auch ein 2-1 für Mainz vorstellen. Aber Bochum ist ja auch ganz unten drin. Das ist ja jetzt schon ein richtiges Abstiegs-Duell. Ja. Boah, das ist echt schwer. Bochum kann immer mal zu Hause gewinnen. Ich sage jetzt 1-1. 1-1 sagst du? Ja. Tja. Was sage ich? Ich sage persönlich 2-1 Mainz. Ich glaube, ich finde einfach Mainz, dafür, dass es gegen Bayern war. Muss man ja auch sagen. Da war schon echt viel Gutes drin. Und das schlechteste Spiel war und bleibt auf jeden Fall das gegen Werder. Das auf 100 Prozent. Und ich glaube, dass du, wenn du jetzt wirklich die Chance hast, da unten rauszukommen, das ist wie ein Endspiel. Also das ist, wenn du das verlierst, wo stehst du dann? Weißt du, das macht würde so viel. Und ich glaube, dass Mainz aber diesen Druck klar ist, weil die gegen Bayern eben so eine Reaktion schon gezeigt haben und deswegen glaube ich an die Mainzer 2-1. Gut, du hast 1-1, ich glaube 2-1, machen wir jetzt 2-1 rein. Ich denke mir, wir werden gleich noch ein paar Unentschieden haben. Bayern gegen Darmstadt. Das war das Unentschieden. Also Darmstadt wird es wahrscheinlich so spielen wie in Stuttgart. 5-4-1. Aber ich glaube, dass sie da trotzdem keine Chance haben gegen Bayern. Also auch heute wieder, das war jetzt nicht überrankt, aber sie haben es trotzdem hinbekommen, gegen Gala geduldig zu spielen. Und wenn sie dann die Chancen bekommen, sind sie halt auch eiskalt vom Tor. Ich sage, es wird eine Abreibung geben. 5-0 für Bayern. Dann tippen wir 4-0 ein. Ich sage persönlich, dass Bayern auch gewinnt, aber ich glaube, Darmstadt macht ein Tor. Ich habe 3-1 für Bayern. Ich glaube, dass es nicht ganz so schlimm wird, wegen eben Champions League. Die muss ja trotzdem extrem viel da jetzt laufen und der Kader ist auch ja dann doch ein bisschen... Viele Verletze. Genau. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht nicht ganz so hoch wird, aber ich glaube auch, dass die Bayern gewinnen werden. Gladbach gegen Heidenheim, das ist wirklich so ein Sorgenspiel fast schon, muss man sagen. Gladbach das Rheinderby verloren. Das macht auf jeden Fall was mit dir. Zumal das die Chance gewesen wäre, um zu zeigen, wie weit bist du jetzt wirklich. Jetzt bleibst du mit 6 Punkten weiter stehen gerade. Und Heidenheim, nicht nur, dass die vor Gladbach gerade sind, Heidenheim überzeugt eigentlich in ihren Spielen wirklich. Auch wenn die jetzt verloren haben am Ende gegen Augsburg. Die haben kämpferlich da lange mitgehalten. Die haben vieles richtig gemacht. Augsburg hat mit neuem Trainer auch einfach sehr gut reagiert nach dem 2-0. Klar kannst du dich auch darüber unterhalten, dass du das Spiel dann nicht mehr verlieren darfst, wenn du 2-0 führst. Trotzdem, bei Heidenheim läuft schon vieles in die richtige Richtung. Also wenn Gladbach das nicht gewinnt, dann brennt da richtig der Baum. Also ich kann ja schon mal vorab sagen, ich habe 2-1 Gladbach getippt, kann mir aber auch unfassbar gut einen 2-2 vorstellen. Weil Heidenheim ist so unangenehm und wenn die kontern, das wird Gladbach richtig wehtun. Die müssten ein ganz anderes Spiel zeigen. Korné ist gesperrt durch die Rote. Das ist schon, also ich bin, wie gesagt, sehr zwischen 2-2 und vielleicht mit knapper Sieg Gladbach. Boah, schwer zu tippen. Ich sage 3-2 Gladbach. Dann tippen wir mal dein 3-2 ein. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Und dann musst du tatsächlich sogar anfangen jetzt, denn Bremen gegen Union Berlin. Also wenn Union so spielen würde wie heute, dann würde ich sagen, verliert Werder 3-0. Das Ding ist, sie spielen halt, sie haben halt gegen Braga auch schon so gespielt, aber in der Liga ist es halt was anderes. Es kommt halt auch darauf an, wie spielt ihr, wie intelligent macht ihr das? Lasst ihr sie kommen? Müssen sie das Spiel machen? Wie hoch steht ihr? Also wenn ihr hoch steht, habt ihr schon verloren eigentlich. Aber eigentlich schätze ich jetzt Werner nicht so ein, als ob er da voll ins Verderben reinläuft. Ich tendiere zwischen 1-1 und 2-1 für Union. Aber dadurch, dass bei Union auch, wenn man in die Gesichter geguckt hat, das mit Fofana und so bin ich eher bei einem 1-1, was keinem irgendwie wirklich weiterbringt. Ich sage 1-1. Ja, das würde ich sogar nehmen. Also ein 1-1 würde ich wirklich nehmen. Leider, leider glaube ich, wenn man die spielerischen Ansätze von Union so gespielt hat, gesehen hat, wenn die das nur halbwegs gegen Bremen auf den Rasen bekommen, verlieren wir das Spiel auf jeden Fall. Sage ich persönlich. Ich tippe natürlich das 1-1 ein, weil ich es gerne auch so nehmen würde. Aber mein Gefühl sagt mir, da vielmehr wieder drei Gegentore, 3-1 Union Berlin. Wie gesagt, ich hoffe aber nicht, dass das eintritt. Und ich wünsche mir dieses 1-1 sehr. Ich glaube aber eher, dass wir dieses Spiel verlieren werden, 3-1. Aber wenn ich mir so denke, wenn ihr einfach so spielt wie gegen Dortmund, klar, Dortmund hat sich Chancen auch rausgespielt und war jetzt auch nicht überragend, aber dann hat Union mehr Probleme damit, als wenn ihr versucht, das Spiel zu gestalten, weil ihr unbedingt gewinnen wollt. Dann kann man auch mal einen Konter setzen, wenn ihr dann mit einem Jinmar oder so spielt. Und wenn ihr wirklich mal diesen Doppelsturm ausprobiert, habt ihr ja noch nicht Boré und Jinmar. Aber das macht er wahrscheinlich eh nicht. Er spielt wieder mit Dux und Jinmar höchstens. Oder Dux-Boré. Oder Dux-Boré. Aber das ist halt das Problem. Ich glaube, dass du eigentlich auch gegen Union wirst, auch wieder eine Idee, Boré und Jinmar zu spielen, einfach um die Kontergeschwindigkeit zu haben. Aber ich glaube, dass Werner das eben nicht machen wird. Und so wie wir gegen Dortmund gespielt haben, wirst du halt aber keine Spiele gewinnen. So wirst du halt, da vorne geht halt dann nichts. Ich sage auch tendenziell, wenn es um Sieg geht, dann, also ich, sorry an alle Werderaner, aber ich glaube nicht, dass Bremen da gewinnt. Und wenn es um Sieg geht, dann glaube ich eher, dass Union gewinnt. Aber ich kann mir schon unentschieden vorstellen, 1-1. Ja. Augsburg-Wolzburg. Da glaube ich tatsächlich, obwohl Augsburg gegen Heidenheim dann gedreht hat und echt ein gutes Spiel dann auch gemacht hat, habe ich dir auch in unserem Bundesliga wirklich sehr beglückwünscht. Das ist schon eine kämpfliche Leistung, stark. Und Wolfsburg knapp verloren hat gegen Leverkusen, sage ich trotzdem, eben weil Wolfsburg nur knapp verloren hat und viele gute Ansätze da waren, dass das Fußballerrecht einfach deutlich stärker ist, als das, was Augsburg selbst mit Maximallevel machen könnte. Und wenn Wolfsburg das halbwegs wieder auf den Rasen bekommt, dann werden die auf jeden Fall gewinnen gegen Augsburg. Ich habe hier 3-1 Wolfsburg eingegeben bei mir. Ich würde sagen 2-1. Dass sie dann wieder relativ eiskalt vorm Tor sind, unter anderem auch mit Wind. Aber ich fand, das war eine sehr respektable Leistung gegen Leverkusen. Das musst du erst mal so spielen. Augsburg ist natürlich noch was anderes, aber ich kann auch noch nicht so ganz einschätzen, was die Art von Fußball sein wird von dem Torup. Sonst hätte man ja früher immer gesagt, oh, Augsburg 1-0, ganz ekliges Spiel. Aber ich glaube schon, dass der den Ansatz hat, Fußball zu spielen. Hat man ja nach vorne auch gesehen, auch wenn da gefühlt jeder Schuss dann Treffer war. Ich denke schon, dass das in den Augsburgern auch voll viel Selbstvertrauen freigesetzt hat. Nach 0-2 Doppelschlag. Ich sage aber trotzdem, die individuelle Qualität von Wolfsburg ist ziemlich hoch. Also ich sage da auch Sieg Wolfsburg, aber knapp 2-1. Ja, Stuttgart-Hoffenheim ist unser nächstes Spiel. Das erste Mal ohne Girassi. Aber mit Undarf. Ich sage euch genau, mit Undarf eben. Natürlich wirst du es merken, dass das kein Girassi ist, aber der hat auch so viele Stärken, der bringt so viel mit sich. Ich glaube wirklich, dass da einiges gehen wird für Stuttgart. Und auch im eigenen Stadion nochmal. Da werden die Fans, die auch nach vorne peitschen. Die sind auf so einem Lauf drin. Und wenn ich dann Hoffenheim an letzte Woche denke, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die irgendwie Stuttgart schlagen werden. Nach dem Spiel gegen Frankfurt jetzt. Ich glaube 2-1 Stuttgart. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein Riesending wird, aber ich glaube 2-1 Stuttgart. Die machen das, die ziehen das. Und ich fand Stuttgart echt effektiv. Und die müssten so ein Selbstbewusstsein haben, ob jetzt mit Girassi oder ohne. Man hat ja auch gesehen, wie sie, Girassi wurde ja früh ausgewechselt, wie sie nach der Auswechslung weitergespielt haben. Und ich wüsste jetzt nicht, wie Hoffenheim das ausgerechnet Hoffenheim unterbrechen soll. Wobei ich Hoffenheim auch nicht schlecht finde. Also das ist auch eine richtig gute Mannschaft mit Prömel, Wehorst, Maxi, Bayer und Co. Aber ich sage 3-1 für Stuttgart. Ja, ich tippe mal 2-1 jetzt ein. Dass wir da in der Waage sind. Leipzig gegen Köln ist unser nächstes Spiel. Die Kölner mit dem ersten Sieg. Trotzdessen sage ich, das ist immer noch RB Leipzig in Leipzig. Das wird wahrscheinlich für Köln nicht zu holen sein. Wünschenswert für Baumgart wäre ein 2-2. Das wäre, glaube ich, ein sehr solides Ergebnis aus Kölner Sicht. Trotzdessen glaube ich, dass die Leipziger das ziehen werden. Und tippe 3-2 Leipzig. Ich glaube, torreich wird es. Ich tippe nicht, dass Köln so viele Tore macht. Im Endeffekt haben sie das letzte Tor, aber haben sie zwei Elfmeter verwandelt. Sie hatten auch gute Chancen durch Waldschmidt und so weiter. Agnabach hat auch vieles ein bisschen in die Kölner Karten gespielt, auch wenn sie es sich absolut verdient haben dann am Ende durch diese aufopferungsvolle Leistung. Ich glaube, Leipzig, auch wenn die mich jetzt die letzten zwei Spiele nicht überzeugt haben, die sind ja jetzt auch noch in der Champions League aktiv, aber ich sage 3-0 Leipzig. Okay, dann machen wir ein Mischung daraus und machen 3-1 Leipzig. Und dann kommen wir zu Frankfurt gegen Dortmund. Da, glaube ich persönlich, in Frankfurt wird ein schweres Spiel. Wird wirklich ein sehr schweres Spiel, aber Dortmund gewinnt halt dieses Spiel aktuell auch. Auch wenn wir uns Spieler ja oftmals nicht so überzeugt haben, haben wir auch schon oft gesagt, muss man sagen, die gewinnen halt die Spiele. Und worauf kommt es am Ende an? Und deswegen, ich habe hier auch knapper Sieg Dortmund. Ich glaube aber auch, dass Frankfurt ein Ding macht. Deswegen 2-1. Das wäre auch mein Tipp. Frankfurt spielt noch in der Conference League unter der Woche Donnerstag. Morgen spielt Dortmund gegen Newcastle. Das kann natürlich auch hart werden. Darf man auch nicht vernachlässigen. Aber Dortmund hat eigentlich eine ganz gute Bank auch noch. Also die können auch mal ein bisschen rotieren. Die haben eine gute zweite Garde. Wobei Frankfurt muss ich, ich tippe mal unentschieden 1-1. Weil Frankfurt, ja, zweite Halbzeit nicht mehr. Vielleicht auch schon mit den Gedanken an die englische Woche. Aber gerade erste Halbzeit war es so das Beste im Kombinationsfußball, was ich bisher unter Frankfurt mit Dino Topmöller gesehen habe. Deswegen sage ich 1-1. Okay. Ich tippe trotzdem mal 2-1 Dortmund ein. Ja. Und Leverkusen gegen Freiburg ist unser letztes Spiel. Ja. Schaffen die Freiburger, ist die Leverkusener zu ärgern? Ich sage nein. Also nicht in Leverkusen. Auch wenn Leverkusen am Donnerstag Europa League spielt. Auch beim letzten Mal nach dem Europa League Spiel waren die trotzdem sehr souverän. Ich bin auch Europa League. Ja, aber ich meine jetzt von den Leverkusener Auftritten her, ob die das so rausbringen könnte. Ich glaube, dass Leverkusen in der Europa League rotieren wird. Ich glaube, dass zum Beispiel auch Patrick Schick spielen wird in der Europa League mal wieder. Der ist ja jetzt wieder da. Ich glaube, dass da allgemein ein bisschen, ja, auch mal ein, zwei Leute rauskommen werden, wie Alonso das ja auch schon jetzt zuletzt getan hatte. Und man darf auch nicht vergessen, Länderspielpause. Ich habe heute noch mit einem Leverkusener Kumpel gesprochen, liebe Rüßchen, 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 Rüßchen und Aron. Ich glaube, 16 Leute hatten die auf Länderspielreise vor dem letzten Wochenende. Das ist halt auch geisteskrank. Und deswegen, glaube ich, werden die sogar energischer sein als noch jetzt letzte Woche trotz Europa League. Und bei Freiburg haben wir uns auch schon oft über den Kader unterhalten, auch über die Breite. Und ich glaube, dass das für Freiburg ein schwierigeres Spiel wird als für Leverkusen. Im Allgemeinen so schon von der Intensität her. Und ich glaube, dass Leverkusen das Team wird. Ich habe 3-1 Leverkusen getippt. Ich sage sogar 3-0, weil mich Freiburg bisher spielerisch nicht überzeugt. Das Einzige, was natürlich sein kann, wo du auch im Ritt recht haben könntest, die größte Anfälligkeit von Leverkusen sind ja Standards, muss man einfach so sagen. Und da haben sie natürlich mit Grifo und Freiburg ist einfach eine mega standardstarke Mannschaft. Es kann schon sein, dass Freiburg da Tore macht. Aber ich glaube, dass sie da auf gar keinen Fall mithalten können. Erst recht nicht. Wie du es gesagt hast, wenn sie Donnerstag spielen und sie eben nicht diese krasse Rotationsmaschine anschmeißen können, wie es eben Leverkusen machen kann, ohne jetzt so krass an Qualität zu verlieren, wie es eben Freiburg ist. Und da ist auch die Frage, rotiert Freiburg in der Liga oder in der Europa League dann die Top-Mannschaft raus? Also das ist für mich ein 3-0 für Leverkusen. Ich habe auch die Ergebnisse jetzt mal eingeblendet. Leverkusen auf 1 mit 25 Punkten, Stuttgart immer noch auf 2 mit 24, Bayern und Dortmund auf 3 und 4 mit jeweils 23, Bayern nur durch bessere Tordifferenzzeit auf 3, Leipzig auf 5, das ist so krass in der Tabelle, das 1 und 2 Leverkusen, Stuttgart. Und unten sieht es dann ganz düster natürlich auch aus für Köln, die punktgleich mit Bochum sind, 18-17, also Bochum 18, Köln 17, Mainz auf 16 mit 5 Punkten, Darmstadt auf 15 mit 7 Punkten, punktgleich Platz 15 bis Platz 12. Also Bremen, Union, Berlin, Heidenheim, Darmstadt hätten alle 7 Punkte. Das wäre sehr, sehr krass. Ja, das waren die Erstliga-Tipps. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und hier kommt weiterhin viel...